Musik Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Kinder, liebe Zuschauer in Bayern, in Österreich. Es geht ein Jahr zu Ende, in dem viel passiert ist. Es ist viel Schlimmes passiert und es ist aber auch viel Schönes passiert. Die Piratenpartei ist zum ersten Mal in ihrer Geschichte in ein Landesparlament eingezogen. Und deswegen sitzen wir nun hier und zeichnen diese Weihnachtsbotschaft auf. Wir nähern uns dem besinnlichen Fest. Der vierte Advent ist wahrscheinlich, wenn ihr das schaut, schon vorbei, aber wir nehmen es vorher auf. Und Martin und Andreas haben einige Grußworte an euch. Tja, liebe Kollegen, Freunde und Feinde, wir, die Piratenfraktion Berlin, wünschen allen, die das Fest feiern, ein besinnliches Fest. Wir freuen uns, wenn wir uns im nächsten Jahr mit frischer und neu gewonnener Tatenkraft wieder begegnen. Dann vielleicht auch an andere Stelle. Und wir freuen uns auch, wenn wir uns dann alle noch viel besser kennenlernen und vielleicht auch besser wertschätzen können. Frohes Fest. Hallo. Und danke. Und ansonsten, was der Baum sagt. Ja, aber jetzt möglicherweise auch nochmal ernst, wir alle haben dieses Jahr was ziemlich krasses hingekriegt. Wir sind tatsächlich in dieses Parlament eingezogen. Wir arbeiten uns langsam vor. Es wird besser jeden Tag. Ja, wir wünschen euch wirklich ein frohes Fest und einen guten Rutsch. Und nochmal ein besonderer Dank hier an das Haus. In dem Moment, in dem wir im Grunde genommen noch gar kein Anrecht darauf hatten, hier zu arbeiten, haben die uns sehr geholfen und sehr unterstützt. Das Berliner Abgeordnetenhaus, die Verwaltung, wurde tatsächlich alles in Bewegung gesetzt, um es den Einstieg hier so einfach wie möglich zu machen. Ich glaube, wir möchten uns auch nochmal bei allen bedanken, die hier mit uns uns unterstützt haben in diesem Prozess. Und ich glaube, ich soll noch sagen, dass wir unsere wissenschaftlichen Mitarbeiter jetzt ausgeschrieben haben und ihr euch darauf bewerben könnt. Also es geht um Referenten für die Ausschüsse. Wir brauchen noch weitere Unterstützung. Schaut auf unsere Webseite. Die wird jetzt hier unten eingeblendet. Und ja, bewerbt euch, unterstützt uns, habt noch ein bisschen Geduld mit uns. Das passt schon. Ja, schon. Wird schon. Wird schon. Also alles Gute, Chef. Bis im nächsten Jahr. Dankeschön. Danke. 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 Danke.